Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen und heute bei mir im Studio Katja Porsche. Katja, du bist Professional Speaker der GSA, zertifizierte Insights-Beraterin und 9-Levels-Trainerin. Du bist Dozentin an der Zürich International School und an der Print Plus Akademie. Du hast deine Erfahrungen gesammelt, zunächst mal im Vertrieb, in der Praxis, im Immobilienvertrieb und schon seit damals gehörst du zu den Top-Closern. Herzlich willkommen hier im Studio Katja Porsche. Danke Stefan. Wir haben ein Thema uns heute ausgesucht, das für viele, die mit Vertrieb nur so am Rande zu tun haben, vielleicht so ein bisschen eklig und ein bisschen vielleicht auch verwerflich ist, nämlich das Thema Closing. Also man könnte ja auch sagen, Kunden über den Tisch ziehen. Aber jetzt weiß ich, dass du in deinen Vorträgen und Trainings ja ganz bewusst sagst, ja Closing hat was damit zu tun, letztlich den Sack zuzumachen, aber noch deutlich mehr. Erzähl uns doch mal was dazu. Closing verbinden ja viele, die aus dem Verkaufsbereich kommen, natürlich mit dem Abschluss. Und dann heißt es, wie komme ich zum Abschluss? Und einige denken dann, klar, du musst den Kunden dahin bringen, du musst den Kunden dahin drücken. Andere sagen, vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht ist es so viel entscheidender. Und für mich bedeutet Closing weitaus mehr als der Abschluss. Okay. Ja, das heißt, zum einen geht es natürlich darum, ein Ergebnis zu erzielen. Es geht darum, aktiv zu werden. Und es geht aber grundsätzlich auch darum, dort anzukommen, wo ich ankommen will. Okay. Und das ist im Verkauf natürlich der Abschluss im Leben, aber grundsätzlich geht es uns darum, dass wir unsere Ziele erreichen. Es geht uns darum, dass wir Erfolg haben. Für jeden bedeutet Erfolg was anderes. Und wir wollen wissen, wie komme ich denn da an, wo ich ankommen will. Okay. Also das heißt, jetzt natürlich hat es auch was damit zu tun, endlich mal den Sack zuzumachen und den Kunden auch ein Stück weit vielleicht zu drücken oder zu ziehen. Das ist ja immer so die Frage, jetzt doch endlich sich zu entscheiden und seine Unterschrift zu geben oder seine Kreditkarte zu zücken. Aber du sagst ja jetzt, naja gut, aber es ist ein Stück weit ja auch ein Ergebnis. Und wir wollen ja alle auf irgendeine Art und Weise Ergebnisse erzielen. Richtig. Und die Frage ist auch immer, wie das bei uns besetzt ist. Für mich ist das Ergebnis absolut positiv besetzt. Für mich ist auch der Verkauf positiv besetzt. Und ich finde das immer wieder ganz spannend, wenn ich in Verkaufsorganisationen, Vertriebsorganisationen komme und die Frage stelle, was macht ihr denn beruflich? Ja, und dann kriege ich Bezeichnungen, die habe ich noch nicht mal gehört. Also teilweise bräuchte ich einen Duden oder ein Wörterbuch, um zu gucken, was wollen die mir eigentlich damit sagen. Und das, was sie sagen wollen, ist, sie sind Verkäufer. Und sie stehen nicht dazu. Und das finde ich total traurig, weil das bedeutet auf der anderen Seite, dass ich fünf Tage, sechs Tage, vielleicht auch sieben Tage die Woche Zeit mit etwas verbringe, wo ich gar nicht hinterstehe. Und dann wundere ich mich, dass es nicht klappt. Also du meinst so die Account-Manager dieser Welt und die Berater. Ich habe da neulich in der Xing-Gruppe eine Umfrage dazu gestartet, unfreiwillig. Also ich habe einfach sozusagen meine Meinung gepostet. Und genau dazu, ja, es gibt Leute, die schreiben auf ihre Visitenkarte Account-Manager oder Berater oder irgendwie sowas in der Art. Aber in Wirklichkeit sind sie Verkäufer. Und die Frage war, wie kann man denn das sozusagen in eine sinnvolle Bezeichnung umdrehen? Weil was macht denn ein Verkäufer eigentlich? Ja, der macht seinen Kunden glücklich oder er sorgt dafür, dass Ergebnisse zustande kommen oder wie auch immer. Also du meinst, es hat auch was damit zu tun, dass Verkäufer so ein Stück weit sich ein bisschen davor ängstigen, dieses Closing hinzukriegen, also diesen Abschluss hinzukriegen. Bestimmt nicht alle, aber ich habe auch schon festgestellt, es gibt gerade auch in meiner Klientel, die eher beratungslastig ist, komplexe Themen. Da sagen die Leute, sobald es zum Thema Abschluss kommt, sagen sie, na, ne, Herr Heinrich, also darüber wollen wir uns eigentlich gar nicht unterhalten, weil wir können ja niemals im ersten Gespräch schon eine Unterschrift kriegen. Insofern ist das Thema Closing für uns irrelevant. Ja, also da sieht man auch schon ganz deutlich, da sind natürlich so Auffassungen drin, die haben dann im Kopf so diesen klassischen, ich sag mal Vertreter, der zu dir wie auch immer in die Wohnung reingekommen ist und der jetzt genau weiß, ich muss jetzt hier eine Unterschrift kriegen, sonst kriege ich die nie wieder. Und solche Leute haben die dann im Kopf und deswegen ist für die Closing, also das Ergebnis irgendwie unangenehm und auch ein Stück weit, naja, abstoßend. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de. www.salesupcall.de 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 www.salesupcall.de